1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 Das ist ein bisschen tricky Irgendwas, ja Ey, wenn einer cool ist, dann ihr Das einzige was wir überlegen müssen, was ihr heute Abend anzieht auf der Superbeachparty Aber sonst habt ihr keine Sorgen Sehr gut Ja, Heidi Da müssen wir natürlich die Vorderung mal ein bisschen gucken Wie macht Heidi Ah, ok Die elegante Variante Lässig Ah, was für ein Move Dann halt, also von Anfang ist der Hans Engel Also unser Hans, also Hans Prototyp ist Hans Ist Bünder Bünder ist quasi das Gesicht von Hans Die App Sozusagen die persönliche App Aufgesprochen wird, also es wechselt immer zwischen Interviewposition und Off Wir nehmen den Text auch Den kompletten, also wir machen eine Interviewsituation mit euch Wir nehmen den kompletten Text aber auch nochmal nur rein akustisch auf, um hinzufahren Dann haben wir den Mittelteil Da geht es darum, die App zu erklären Und da sind das unsere Entwickler Melanie wird die CEO sein, also die Chefin des Ganzen Heidi wird unsere Designerin sein, wie sich das Ganze ausdenkt, wie es auszusehen hat Und Alexander ist unser Entwickler Einen jungen Unternehmer reicht einem anderen ein Bier Er lächelt dazu Er schützt sich an ihm Er hält ein Handy in der Hand Close-up Handybildschirm Hallo, Chef